Grüß Gott und herzlich willkommen. Mein Name ist Fritz Eple. Geboren bin ich in Stuttgart und aufgewachsen in Walheim am Neckar. Ich habe an der Universität Tübingen Physik, Mathematik und Geschichte studiert. Seit 1985 bin ich Lehrer an Gymnasien in Deutschland, Lichtenstein und der Schweiz. Ich bin vielseitig interessiert, aber am meisten fasziniert hat mich seit jeher die Physik. Warum stelle ich nun Videos ins Netz? Ich habe als Lehrer immer den Dialog mit meinen Schülerinnen und Schülern gepflegt. Die Beiträge der jungen Leute haben meinen Horizont erweitert und ihre Fragen und ihr Widerspruch haben mich zum Nachdenken gezwungen. Dafür bin ich unendlich dankbar. Und das wird mir nach meiner Pensionierung fehlen. Meine Hoffnung ist, dass Sie auf meine Videos reagieren, mit Lob und Tadel, mit Nachfragen und Verbesserungsvorschlägen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen in einen Dialog einzutreten. Was ist geplant? Geplant sind zunächst einmal Videos zu Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie. Später kommen vielleicht noch Beiträge zur Quantenmechanik, Teilchenphysik und zur klassischen Physik dazu. Ich freue mich auf Sie und Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie und Ihre Rückmeldungen. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.